klar das Feuer ist entfacht 8 ich sehe sie in der Rolle nicht ich war schon in der Nähe oh, Max ein Turm wechseln und ich will erst, äh, ich will erst wieder reingehen, wenn ich ne richtige, äh, Rüstung habe, weil naja, äh, so richtig schwerfahre weil, ja, der ist nicht sehr gut der was? der Penis von dir oh, weiß gar nicht ich will nicht drauf, wo ich meins brauche ich weiß, was wir machen müssen wir müssen beim Super Bowl aufnehmen das bringt Zeit genau das ist bestimmt cool weil ich sowas so sehr gern guck oder was? nein, ich guck das guckst du Super Bowl an? wer guckt bitte nicht in Super Bowl? äh, 80% der Deutschen Sascha das ist schlimm das ist schlimm das ist sehr schlimm du bist schwul, du bist sehr schwul nur eine Vermutung die ich will jetzt so ausrasten ja, wirklich, ja hat man von euch zwei Betten warum? ich hab zwei Betten ok, dann machen wir mal nachts Party bei Sascha das ist ich in Sachen sag ich auch noch dran? sag ich auch noch dran? ich kann mich zu Sacha Porten das stimmt das ist dann hat sie kann ich auch das hier Max von Spaß wollen so wie sieht Max ist die Einschätzung habe ich irgendwas gemacht nein wenn ich zwei Sekunden geben und dann kann ich auch voll schieben um es ist ich bin hoch bestimmt ist es vor allem unser eigenes Server-Operator kannst du auch mal ein Blutzen wenn es dein Server ist Mache ich auch. Jaaa, ich hab genug Licht! Wow! Keiner Party! Jetzt mit Profi-zuneiner Beleuchtung. Mit buntere Beleuchtung? Profi-zunein. Mach's Tür auf, Pascal! Tür auf! Tür auf! Mal homo! Warum denn? 3 was kreis die ist bei bettel einfach und so am besten bei uns weg sagte bei von uns weg das ist ich bin hier im pool in der ecke wo wo röwe was ist das? warum fehlt hier ein Bild? oh maaaaan hier, das ist ein stillkeller ist es das nicht okay, komm wieder gehen, mach dir nur kacke kennst du doch von uns ich werde eine halbe Stunde warten, weil ich das richtige Bild ey man ja was ist denn? was ist denn? was ist denn? ich brauche halt hier Holz ab wieder mal ok, wir schaffen jetzt mal wahrenvorstellungen sind von Sascha wahrenvorstellungen sind von Sascha wahrenvorstellungen like pedo yeah yeah like pedo man ah ich hab keine Ahnung, was du überhaupt gesagt hast ich hab extra nicht zugehört ich hab extra nicht zugehört ich weiß trotzdem und wie viele Stunden habt ihr nächste Woche? ich hab genau so viel wie du homo und du Sascha ja, genau so viel ja, wie viel hast du denn? ja, wie viel hast du denn? wie hast du genau? ja, ich hab jeden Tag fünf Stunden außer am Freitag hab ich drei ja und wir? ja, wir haben jeden Tag eine Stunde außer Freitag haben wir drei ja, ist ja... boah das ist ja Zufall was geil, du bist einfach nur homo das ist Tatsache das ist eine Lüge nein hab ich gesagt, ich will diese Folge ein bisschen was bauen ich brauch fast gar nicht die Meistheit läuft sinnlos rum und mach einfach nix die Meistheit läuft sinnlos rum und mach einfach nix ok, in der nächsten Auffolge auf... äh... in der nächsten Folge ich geh jetzt einfach nochmal mein und dann in der nächsten Aufnahme geh ich mein so äh, nein, nein, nein in der nächsten Aufnahme in der nächsten Aufnahme geh ich dann mein weil dann hab ich äh, Dias und so und hab ich später auch ein geiles Haus ey, bei mir um, du kannst rein regnen bei Pascal piste ich immer in die Ecke ja, deswegen ist es das Holz auch so langsam schon wieso schnell? so, was sie meinte so, was sie meinte so, was will ich jetzt machen so, was will ich jetzt machen, Mama so, was will ich jetzt machen, Mama so, was will ich jetzt machen, Mama so, was vergessen, ich hab auch zwei Truhen, die noch nicht beschriftet sind oh mein Gott oh mein Gott was gibt es denn noch so? nix, 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 nix nix es wird eins gedrückt so, jetzt wird noch eine Kiste Frage ne nach 25 Minuten haben wir Aufnahme das ist ja noch wenig Zeit nix, 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 nix also ich hab ich bin zufrieden mit dem ich geschafft hab echt nicht also ich hab auch schon bisschen was gebaut ich hab mein komplettes Lager gebaut in der nächsten Folge werde ich schon wieder was schaffen in der nächsten Aufnahme nicht so was wollte ich dir jetzt noch was wollte ich dir jetzt noch wirst du machen wirst du